Hi Friends, ich glaube ich verstehe Kunst nicht. Falls ihr dacht, das hier ist einfach nur abgestellt in der Baustelle, das ist Kunst. Ich habe absolutes Vertrauen in Sache verloren, ich weiß gar nicht mehr, was hier alles Kunst ist und was nett. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Und du bist ein Party-Galender. Ist die Hauke Kunst? Ist die Leiste Kunst? Ich weiß es nicht, weil das hier kein Kunst sind. Das ist sehr verwirrend.